Heute, ich find's wieder, Bigger Place am Start, neben mir sitzt, der krasseste von allem, ja, im Weltkrieg, wieder Back und ja, wir spielen heute Rocket League, weil wir kein anderes Spiel gefunden haben, was man mit einem Skam spielen kann und nehm, ne, Saison? Ja, machen wir mal Saison. Machen wir mal Saison. Abgehoben, aber machen wir mal Saison, was? Lass mal diesmal 2-1-1-Saison, komm, mach mal 1-1-Saison. Wir sind nochmal Anfänger, 4-3-team im Endluft und machen einfach los. Team Lugut, das ist heftig. Und wenn wir die Krone nehmen, das ist glänzlos. Ja, das ist Krone, Krone ist so geil. Ah ne, ja, äh, Crown. Crown. Und, ja, jetzt rasieren wir ordentlich dieses Spiel. Würde ich sagen, am Nachkommen, oder? Nimm mal. Komm. Erlägt jetzt nur noch ein bisschen, aber vom Ding her, okay, es geht auch schon los, das ist ja. Ähm. Ich würde mal sagen, wir machen die direkt erst mal richtig hart fertig. Nach 3 Minuten Tauschung, er spielt 3, ich 2 und dann sollte das. Das ist im Fuck, Alter. Wie viel Saison bist du schlecht? Oh, das ist klar. Was soll das denn? Schau, wirst du? Guck ich. Dieser Lack, Alter. Also, er steht direkt 1 zu 0 für den Gegner. Direkt 1 zu 0 für den Gegner. Er ist ja so heftig. Du bist ja so heftig, ne? Du bist ja so heftig, ne? Du bist ja richtig Bomben bist du. Das ist der Bar-Kontakt. Ja, mir bringt der erste Bar-Kontakt recht wenig, wenn ich keine Tore mache. Das ist der Nachlosen 1 zu 0 für den Eid. Das ist der Nachlosen 1. Äh, das ist Y. Das ist Y? Nein, das ist scheiße für das Scheiße. Das ist wirklich geiler. Ja, okay, komm, mach mal so. Wie ist der, B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B? Das ist schon mal richtig leicht und alles klar. Das ist schon mal richtig easy peasy lemon squeezy. Richtig, richtig. Was war das gerade? Der erste Ballkontakt ist schon ordentlich nice. Ich habe ja schon gesagt, der erste Ballkontakt bringt mir herzlich wenig, wenn ich jetzt den Ball nicht kriege. Das ist echt scheiße. Komm, 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 komm. Wirklich ist eigentlich so ein richtig nicees Game. Wir sind ja gerade hier irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Dann macht er ein eigen Tor. Er macht ein eigen Tor. Alles klar. Alles klar. Irgendwie zählt das als sein Tor. Ich weiß nicht verstehen. Was echt abgehoben ist. Aber... Will der mich verarscht? Komm, 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 komm. Easy peasy lemon squeezy. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin die ganze Zeit am rumfliegen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Alter. Diesen Slug einfach. Von ihm. Komm, komm, komm. Nice. Wieso? Warum? Oh mein Gott. Das war was. Alles klar. Komm schon. Komm, jetzt macht es ein 3 zu 2. Hau die Scheiße raus. Ist das ein kurzer Scheiß? Ernst? Ich würde schnell fahren. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der Boot ist richtig schlecht. Nein, das ist gar nicht. Schnell. Anfänger und ich? Oh, der ist dran. Ich bin die ganze Zeit am fliegen, ne? Jetzt kann er von dem Ball leer. Komm, komm, komm. Schöpfe? Mann, was? Was ist denn? Da bin ich dran. Oh, das ist nicht viel anderes. Cool, hab ich den Typen zerreißen, Alter. Mhm, zerreißen. Ist klar. Ist klar. Ich wette, wenn du rangehst, dann verkacken wir. Ja. Jetzt. So. Alles klar. So, ich bin grad ein bisschen konzentratiert. Ich bin, ich bin. Ey. Warte, 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 warte. Geh her. Ich bin grad konzentratiert, okay? Geh her. Ich bin grad konzentratiert. Geh her. Ich weiß sie gar nicht. Ja. Du rüchtest nur deine schiefe Nase. Gott, du bist so schlecht, ne? Mhm. Du bist richtig, du bist der richtige Schlecht. Ja. Der richtige Schlecht, ne? Ja. Du hast drei Tore reingelassen. Ja. Ey, das ist doch deine Zeit. Ey. Ja. Du bist mal Minute zwei dran. Ja. Ja. Aber du warst auch im Controller also. Nein, ich weiß gar nicht. Nein, ich weiß gar nicht. Nein, ich weiß gar nicht. Schließ dich, schließ dich, schließ dich. Mach Brust, mach Brust, mach Brust, mach Brust. Halt deinen Maul. Halt einfach deinen Maul, ja? Ich hab dich auch nicht die ganze Zeit sucht. Du hast auch so viele Sachen nicht reingemacht, die du reinmachen müsstest. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Oh mein Gott. Halt einfach deinen Maul, ja? Halt einfach deinen Maul. Wie schlecht bist du? Halt einfach deinen Maul. Wie schlecht bist du? Du hast drei scheiß Tore reingelassen, also heul nicht. Du warst heute tot, das Tor steht leer. Da war ein scheiß Typ vor, also heul nicht. Das ist ein 1 im 8. Ja, wer hat denn drei Tore reingelassen? Du? Ja. Wer hat denn zwei Tore gemacht? Ja. Ja. Eine Minute noch, komm schon. Was? Was? Du hast einfach ein Headshot passiert. Oh mein Gott. Du wirst suchen immer nach, ne? Nein. Wenn du jetzt noch reingehen willst, ist das echt bitter. Du fährst die ganze Zeit und was ist das? Was machst du? Komm, 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 komm. Du Lacker. Ja. Ja, Arschloch. Nein, ich fahr nicht. Ist das jetzt grad dein Ernst? Nein, das ist... Oh mein Gott, du hast so einen Lack, ne? 30 scheiß Sekunden mehr, ne? Du wirst... Mein Gott, Männer, dich jetzt zerstören. Ich lach dich, alles. Ich lieb. Wir verkacken denn die Saison gegen dir? Halt's Maul. Halt's Maul. Der Ball kann dagegen... Du musst taktisch spielen, Mann. Komm, komm, mach noch die letzte Sekunde. Nein! Nein! Das ist nicht wahr. Nachspielzeit. Egal, komm, die Nachspielzeit. Nachspielzeit, das schaffen wir noch. Komm, die Nachspielzeit. Nachspielzeit. Komm, 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 komm. Na! Okay, du hast ja in zwei Minuten gespielt, ne? Halt's Maul. Halt's Maul. Komm mit... Erich, ich kann das riechen. Ich kann das riechen. Ich kann das riechen. So wie schiefe Nasen, Alter. Wenn er das jetzt... Wenn er jetzt ein Tor reinmacht, ne? Dann bist du schuld. Du hast die Falsche. Was machst du denn da? Du bist so... Der hat Hexen. Der hat Hexen. Der hat Hexen, ja. Der hat Hexen. Alles klar, ja. Der hat Hexen. Komm, du kannst doch nichts. Der hat doch nichts. Der hat doch nichts. Der hat doch überhaupt... Ja, ähm... Das war's. Ähm... Ja... Bis zum nächsten Mal. Das war Eriksschuld. Hau rein! Und... Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.